Und weiter geht's mit der zweiten Mission der Kriegerkönigin-Kampagne, mit Fu Hao. Der Angriff auf Tufang. Der König hat eine Armee zusammengestellt und befiehlt Fu Hao, die Tufang frontal anzugreifen. Wird wohl eine Belagungsmission, oder? Zur Überraschung des Königs unterbannt seine Königin die Übergriffe der Tufang tatsächlich, indem sie sich die Treue ihrer Kriegsherren sicherte. Als der König auf mit einer Armee Verstärkungen an der Burg ankam, fand er Fu Hao auf den Zinn entschlossen, ins Land der Tufang einzudringen. Fu Hao will mit Unterstützung ihrer neuen Armee einen Angriff auf das Herz von Tufang wagen. Belagern und beschützt den Fürsten um jeden Preis. Okay. Halte ich von der Burg fern, bis die Aufstrebende Armee erledigte. Okay. Kommt da so ein Ausfall, oder müssen wir uns erstmal wirklich verteidigen? Langst du mal optimal, indem du mit Armbusschützen belädst? Stimmt, da ging ja was. Ja, stimmt, klar, man konnte ja die... Ah, Mist, da war ja sogar was. Das ist ja sogar, wenn man die mit Feuerwerfern belegt, das ziemlich stark war. Wähle deine Route durch das Schloss mit Bedacht. Bewege dich schnell, warte nicht unter Pfeilfeuer. Halte deine Truppen dicht beieinander, um zu vermeiden, dass sie isoliert werden. Schütze deine Katapulte. Sie werden deinen Fortschritt durch die Burg viel einfacher machen. Alles klar. Dann gucken wir mal, was uns erwartet. Uh. Was für ein Ge... Alter, Falter, das erinnert mich an irgendein... ...und stehen Belagerungstürme und Katapulte zur Verfügung. Damit können wir die Mauern einreißen oder über sie hinweg angreifen. Ich würde empfehlen, dass wir nicht beides gleichzeitig versuchen. Okay. Das erinnert mich zum einen ein bisschen an das Ende des Schweins. Macht eure Schwerter und Bögen bereit. Sie werden an der Mauer eurer Entschlossenheit zerschellen. Gottes, wir haben so viele verschiedene. Langsam kämpfen wir um die Ehre der Shang. Sorgen wir dafür, dass die Tufang den Tag bereuen, an dem sie sich dazu entschieden haben, unser Königreich anzugreifen. Die Tufang sind aufgebracht. Sie schicken uns eine Armee entgegen. Ich merke's. Ich schicke meinen Trash. Ich wollte mir das doch mal ein bisschen angucken hier. Naja, okay. Ähm. Armbruchsschützen auf Belagerungstürme. Das hatte ich total vergessen, dass das ja auch gegen sowas ging. Das hätte ich für die Scharmitzelzüge auch mal machen können. Dass ich so entweder solche Dinger mache oder vielleicht mit Feuerwerfern drauf, was ja auch gut ist. Vielleicht diese Pechbombenwerfer, die könnte man da jetzt auch drauf packen, ne? Das könnte auch gemein werden. Okay, Fu Hao ist auch mit dabei. So, wir könnten das Ding stürmen. Belagerungstürm besetzen. Von hier oben ein bisschen was an Verteidigung abschießen, aber... Ja, ich würde erst mit den äußeren Ball stürmen mit Belagerungstürmen, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Bringt uns zur Mauer. Wir werden's sehen. Im Idealfall tue ich irgendwas zum Tanken vorschicken. Wir haben so viele Truppentypen, das ist ja Wahnsinn. Belagerungstürme in Wartisch. Wir entwickeln schon fast ans Ende des Schweins, wo man einfach eine riesige Armee da stehen hat. Größer als alles, was man jemals sieht mehr an der Kampagne. Selbst beim Ende des Wolfs ist ein Witz da stehen. Welch eine mächtige Festung, Hoheit. Wie sollen wir den noch je einnehmen? Hat der ernsthaft gepfiffen, ich wollte gerade sagen. Ist das jetzt euer Ernst, der jetzt hier so einen Pfeifer gemacht hat? Das ist wie die Belagerungstürme einfach 50-fach effektiver sind als normale Verteidigungstürme in dem Game. Das ist doch krank. Das kannst du doch niemandem erzählen. Können wir bitte hoch? Können wir bitte unsere Armbusschützen nicht abschießen lassen? Können wir bitte die Kavallerie wegmachen? Kann ich mal aufs Klo, bitte? Ich glaube, ich müsste mit dem Verlagungstürme einfach vorbeifahren und alles hier drive by'n. Ich glaube, das ist viel besser als alles andere. Die muss ich echt mal häufiger einsetzen in Zukunft. Hier, guck dich mal, den drive by'n. Die gehen da vorbei und bellern einfach alles weg. Und nehmen einfach keinen Schaden, weil der Belagungstürme ewig erbillen. Ist das gewollt? Das kann man mir doch nicht erzählen. Okay, das muss ich in den Scharmitzelzügen häufiger machen, das ist ja krank. Ich habe das Gefühl wirklich, dass Stronghold Warlords dich als Verteidiger extrem benachteiligt. Es ist kein Wunder, dass ich keine großartigen Verteidigungsanlagen und Verteidigungsgeräte baue in dem Spiel. Also jetzt mittlerweile davon ab bin, irgendwas mit Burgen zu bauen oder sowas, weil das einfach in so vielen Fällen wirklich Angriff die beste Verteidigung ist. Gut, das war ein Stronghold schon immer so. Aber hier ist es halt richtig extrem so, dass du, wenn du dich einigelst, einfach nur benachteiligt bist, gefühlt. Die machen jetzt hier mal noch weiter weg. Das sieht eigentlich ganz gut aus, soweit. Kann ich mir den Belagungsturm eigentlich wieder wegfahren? Abdocken wieder oder so? Ne, kann ich nicht. Gut, dann war das fast ein Nachteil, angedockt zu sein. Aber ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Einer geht noch. Der darf da gerne durchfahren. Auf der Seite müssen wir jetzt natürlich mal gucken. Wir marschieren einfach mal rein. Wir müssen ja den Burgherrn umnudeln. Ich meine, ich würde gerne hier durch, hier durch, hier durch. Wir können eigentlich so frontal durch wie nur möglich. Sollte eigentlich machbar sein. Sobald ich hier aufmache. Mauern können dem Geist eines Schankriegers nicht widerstehen, wenn er auf Rache aus ist. Wir werden angegriffen. Mhm, sicherlich. Hier könnte ich dieses Zwischending kaputt machen. Äh, w-w-was? Das ist ein Bug, oder? Alter! Aber das ist übelst geil. Das hätte ich gerne mal so absichtlich mal auf meinem Tor ausplatziert. Katapult ist bereit. Unsere Felsen sind bereit. Wo ist die Belagerung? Okay, soviel zu meinem Belagerungstürmchen. Belagerungsturm wartet auf Befehle. Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. Katapulte sind geladen. Euer getreuer General. Ich stürme da jetzt einfach durch. Ich versuche das einfach. Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch laden. Katapult ist bereit. Katapulte wollen nicht. Okay. Alle Bogenschützen bitte vorwärts. Wir wollen hier bitte durch. Och, das sind Tiger. Äh, okay. Irgendwie hat sich ja noch die Mauer hochgeglitscht. Achtung, der König der Tufang hat uns eine Elite-Truppe geschickt. Okay, die schießen jetzt hier jetzt mal vor's Gesicht, ne? Ah, nee, doch nicht. Ich nehme den direktesten Weg. Oh. Oh, okay. Das könnte ein bisschen wehtun. Unter Umständen. Oh, die Bogenschützen machen eine ganz gute Arbeit hier. Besser, als ich tatsächlich gedacht hätte. Okay, handeln wir mal hier ein bisschen aus kurz. Können wir... Kann ich den wenigstens... Der Katapult hat sich ja auch verfangen. Hätten wir vielleicht so irgendeine Billow-Einheit hier, die für mich mal... ...Achtung bereit machen, die Armbosschützen zu flankieren. Dann nehmen wir schon mal viel Schadenspotenzial raus. Hier kommt man hier hoch. Das sieht ganz gut aus. Ähm, ja, ich hätte gerne irgendeine Billow-Einheit... Haben wir nichts mehr da, ne? Dass ich mir irgendjemandem sagen kann, bitte. Im Notfall lasse ich eins der Katapulte mal da runterschießen. Ansonsten, die wollen ja irgendwie nicht hier durch. Wir haben jetzt eine unsichtbare Mauer. Aber wenn ich das hier irgendwie zerstört bekomme, ne? Habe ich wirklich wahrscheinlich Freundbeschuss, aber was soll's? Sieht eigentlich ganz gut aus, komm. Speichern wir mal weiter. Einfach so Kopf durch die Wand gerade. Aber hey. Spätestens seitdem sich mein... ...mein Belagerungsturm verabschiedet hat... ...habe ich langsames Vorrücken aufgegeben. Einfach der Zweite, der hätte mir echt viel gebracht. Damit hätte ich jetzt diese gesamte Mauer da stürmen und einnehmen können. Oder einen anderen Abschnitt. Oder den da drüben, das wäre noch wichtiger gewesen. Da hätte ich wirklich alles holen können, ne? Alles wäre offen gewesen. I like to move it, move it. Habe ich... Natürlich ist der Blanksturm kaputt gegangen. Aber ich habe meine Arm beschützen. Immerhin. Hindurch. Ihr kommt mit vor. Eigentlich brauchen wir unsere Keulenschwinge. Ich glaube, das schaffen wir noch. Die halten sich aber ziemlich lange. Okay, weil die auch den... ...Flaggenträger mit dabei haben. Oh, wir haben immer noch einen ganz guten Blob gepanzert. Die sollten da jetzt eigentlich ganz gut durchrasieren. Denn wir haben den Generalsbonus. Die Generalwerbung wird hier einblenden. Der General. Die haben das beste Spülmittel hier. Beziehungsweise Spülmittel... Ne, das war so ein Allzweckreiniger, ne? Der General. Ja. Fast, glaube ich. Auch von mir aus pril ich euch auch weg. Da kenne ich nix. Euch spüle ich auch ohne Gummihandschuhe. Das sage ich euch. So. Mal ran. Das lief... Wir haben sogar noch... Dafür, dass wir einfach kopfüber rein sind. Wie war das in den Hinweistipps? Nicht kopfüber rein, geht bedenkt vor. Gut, aber sie haben auch gesagt, stürmt vor und wartet nicht zu lange im Pfeilbeschuss. Das haben wir nicht getan. Also wir haben uns schon ein bisschen an Tipps gehalten. So ist es nicht. Für die Ehre der Schank, die Burg der Tufan gehört uns. Also, ich habe echt so das Gefühl, dass die ganzen Belagerungsmissionen, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen mehr kopfüber rein als in der Vergangenheit, weil mir das wirklich aufgefallen ist aktiv. Die Belagerungsmissionen sind leichter als die Verteidigungsmissionen. Was, ähm, in Bezug auf Stronghold eigentlich ein totales Akrileg ist, weil das war immer andersrum bisher. Christalot, zumindest einen anderen gab es gar nicht, ne? Okay, das war schon die zweite Mission. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei der Grenze. Bis dahin. Bye, bye.